Herzlich Willkommen in einem Youtube Video. Wir sind in der Nähe von Bandung, Bambus Village. Es ist leider nicht viel Filmmaterial geworden. Wir sind auch schon wieder auf dem Einweg. Aus den drei Stunden Anreise sind es fast sechs Stunden geworden. Wir sind erst kurz nach Mittag hier aufgetragen. Und dann noch in den Park rein und dann noch was essen. Im Endeffekt zwei Stunden rumlaufen. Dann waren wir schon wieder fertig. Naja, aber definitiv werden wir hier nochmal hinfahren. Mein Fan-Club mit dabei hier. Auf uns getümmelt. Hi. 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 Fuck. Was ist denn? Was ist denn? Gut, doch! Wow! Wauw! So lange, so lange, aber ich hab keine Ahnung, keine Ahnung, wo ist es verlaufen? Verlaufen ja, ja da oben, da oben wahrscheinlich, keine Ahnung, verlaufen. Hast du Erdbeeren gefunden? Ja, hat keine gefunden? Ja, ist wie mit dem Pilze sammeln. Drei Mal. Ui. Fünf, sechs, sechs, ne? Ui. Ich hab's nicht gesagt. Ja, Chuppen. Ach ja. Hier, Bambus, da, Wombus, überall Bambus, ja. Selbst der Gartenzaun. Hallo. Guck, guck, weiss ich. Ich kann nicht mitnehmen. Und eine Kaffeetasse aus Holz. Du, du weilanders jetzt, wir tun wir American haben. Aber ein Hким club. Schau, du birkenst für dich. Ja, den H neh inaugural. Oh mein Gott. Sie spielen dem Wasser, gu ao fit. Hallo Schatz, immer schön schippen auf dem Boot. Tandra. Ja, hallo. Hallo. Na, macht Spass. Ist schön, ja. Lassen wir es ein bisschen rum. Jetzt werde ich wieder das Boot wackeln. Jetzt wird Panik. Das ist ein bisschen rum. Ja, bitte. Jetzt fahren wir wieder nach Hause. Ja, war leider ein bisschen kurz. Leider. Da kommen wir noch bei. Total linke Straßen hier. Hast du Hunger auf Tofu? Da vorne wird Tofu gemacht. Jetzt schauen wir mal, wie sie Tofu machen. Ein paar Bratwürste wären wir lieber jetzt, aber naja. Jetzt schauen wir mal über Tofu. Gucken wir heute mal. Da oben steht, wo wir produzieren. Guck mal. Jetzt probieren wir mal Tofumilch. Tofumilch. Das habe ich noch nie probiert. Mal gucken. Da unten gibt es noch mehr Schleckereien. Ahok. Ahok. Hallo. Guten Appetit. Hallo. Willst du Sommi? Ja, vielleicht. So. Du bist der Eis. Ja. Ich habe mir bestellt. Ahok. Ja. Ja. Steht da hinten dran. Haben Sie schon gesehen. Ah, das Essen kommt. Oh. Ich habe noch mal hier. Ich habe noch hier. Oh, ich habe noch mal hier. Oh, ich habe noch mal hier. Da, da, lauter Nascherei. Da, vorstürzt. Na ja. Da wird durch. Nein, ich hab die eh. Mann, die wollen nicht alles aufschwarzen. Das ist alles getrocknet hier. Ich schau mal lieber nach, was zu trinken, Kaffee oder irgendwas. Mal gucken. Wo ist denn? Da? Das ist Rambudan-Nasebeer. Rambudan ist alles... Ja, Ananas ist hier überall, überall. Kleiner Tipp bei den Rambudan. Am besten gelb oder orange essen. Die schmecken süßlich. Rot ist sauer. Die schmecken süßlich. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir den Bus wieder rein. Okay. Und noch ein kurzer Zwischenstopp. Und jetzt geht es nonstop wieder nach Jakarta. In diesem Sinne, ciao, bis bald auf meinem YouTube-Kanal. Und das nächste Video wird sein Street Food Teil 1 endlich mal. Und zwar nasig oder in diesem Sinne. Ciao. Ciao. So much. Tschüssi. Tschüssi. Okay, ciao. Oh. Mmm. Vielen Dank.